ja heute was geht bei herzlich willkommen zu diesem neuen video was lache ich herzlich willkommen zu folge 14 ist wahrscheinlich an mehreren tagen aufgenommen beziehungsweise er ist an mehreren tagen wahrscheinlich aufgenommen und wir starten durch wir machen jetzt die freundlich die ich hier habe und ja erster folge warum tut man manchmal so als man etwas mögen was als würde man das so kann wahrscheinlich wird man die person die diese sache hat zeigt oder so keine ahnung wenn man personen vielleicht nicht schaden möchte also ich bin ich habe keine ahnung ich bin ich habe keine ahnung ich bin miese daumen und ich bin tot wie du kommst lügen gar nicht ja nicht um nichts zu sein wie mine flink dass ich nicht immer mein was nicht immer meinem ich habe in der stocke guck youtube das hilft netflix und youtube hilft immer nein wie ist es was wie ist es so wie ist es so schön zu sein wie du weil ich bin ich sehe ich will die first of aber du 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 ist kein fan von bin ich ehrlich so weil die tüge tut mir leid editiert um echt leid die so ein zoo sind ja ich hasse das ja ich könnte auch niemals tierart oder sowas sein kann könnte ich nicht her kannst du gut schwimmen geht hat soll sie fällchen aber geht geht alles der stellzeichen ist zu bringen auch wenn ich kein hau aber egal nein nein dann magst du lieber grün oder blaue augen ich selber blaue augen mir ist das eigentlich egal ja schön wo ist das haar wenn ich es brauche mir persönlich egal dann sehen wir uns am nächsten tag wieder wenn wieder neue fragen da sind ich werde auf tik tok und so einschreiben das ist immer ein paar tels rein schickt und da mal die fertig ist dann die jo friends was geht zweiter tag des neuen telonym videos ja vier neue tels sind da zwei sind ein tag einer sechs stunden einer vor einer stunde also nicht mal eine stunde ungefähr so ja wobei doch stunden 10 ungefähr jetzt und wir fangen natürlich bei den unteren an let's go single ja was sonst tatsächlich ja ja welche zeit am tag fällt ihr am schwersten morgens weil wach werden ich werde schwer wach morgens ist echt schwierig wie groß jetzt muss ich auf mein ausweis gucken weil ich habe keine ahnung wie groß ich bin wahrscheinlich bin ich hier schon wieder ein zwei zentimeter gewachsen weil ich soll ein riesigen oder ich bin krass nicht riesig also so groß bin ich nicht auf 183 oder so steht drauf ich bin ja okay gut das ist falsch in 181 tatsächlich bin ich 181 steht 177 aber den ausweis habe ich jetzt seit letztes jahr und seitdem bin ich gewachsen was war das erste was du gemacht hast also heute aufgewacht bist ich habe tatsächlich ich habe eine frühstück gemacht und mein pc angemacht und pc angemacht das war es einfach schon wieder egal dann würde ich sagen sehen wir uns am nächsten tag wieder und bis dahin tschüssi bis ich Bis zum nächsten Mal.